Bericht von Felix Leutwiller 1997 erteilte Felix den ersten Unterricht an fremdsprachige, gehörlose und hörbehinderte Migranten. 2004 gründete Felix zusammen mit Denise Eckel und Walter Rothen den DIMA-Sprachverein. Diese drei gründeten DIMA. Am stabilen Fundament für eine in allen Bereichen kompetente Sprachschule gegründet 2004 durfte Felix mit Anna Leutwiller und Christa Notter bis zu seinem Rücktritt 2012 arbeiten. Christa Notter hat als seine Nachfolgerin im März 2012 die Gesamtleitung von DIMA übernommen und leitet auch weiterhin die Sprachschule. Als kompetente Mitarbeitende konnten wir Andreas Janner, kaufmännische Leitung und Sarah Guidi, Schreibberatung, gewinnen. Für die vielen schönen Jahre des Aufbaus und der freundschaftlichen und konstruktiven Zusammenarbeit danke ich hier noch einmal Anna Leutwiller und Christa Notter, Denise Eckel, Walter Rothen und Stefan Erni von Herzen. An der Abschlussfeier vom 30. März 2012 war ganz DIMA Gast von Brigitte Largo beim Aperurisch in unserer Cafeteria. Und da hat sich Felix in den Ruhestand verabschiedet und ist mit einem großen Korb voller Blumen und Geschenke nach Hause gefahren. Herzlichen Dank auch dafür! Immer am Ende eines Jahres wird Bilanz gezogen und der Jahresbericht wird geschrieben. Von DIMA haben Felix und Anna beides zusammen angeschaut und gesagt Es ist ein gutes Gefühl zu sehen und zu spüren, wie sich unser Verein weiterentwickelt hat und mit welcher Ausdauer neue Ziele verfolgt und erreicht werden. Chapeau! Hut ab! Wir zollen euch höchsten Respekt für die wunderbaren Leistungen und freuen uns über eure Erfolge. Aber, dass ihr es euch nicht einfallen lässt, auf diesen schönen Lorbeeren auszuruhen. C'est was ihr euch nicht? Euer Christian.